hallo liebe sternzeichen waage ich freue mich dass du hier bist und dir deine allgemeine legung für den januar ansiehst wir starten jetzt direkt damit die karten zu mischen und gucken mal was wir zum januar 2024 mitgeben können was spielt sich bei dir in den ersten wochen des neuen jahres ab was kommt da auf dich zu die sternzeichen waage was solltest du wissen und da haben wir die nummer 26 direkt zusammenkommt und die macht der gemeinschaft also ich glaube dass du viel zeit mit freunden mit familie partner partnerinnen bekannten oder wie auch immer verbringen könntest aber der januar scheint für dich kein monat zu sein wo du dich irgendwie zu hause einschließt ich glaube dass andere menschen hier vielleicht auch in deinem fortschritt eine gewisse rolle spielen dass du vielleicht auch beruflich besonders erfolgreich sein könntest im januar wenn du mit anderen menschen zusammenarbeitest vielleicht sollst du hier auch hobbys mehr nachgehen die du den du mit freunden oder so nachgehen kannst oder in irgendeiner gruppe nachgehen kannst ja ich glaube dass diese karte dir so ein bisschen mitteilen möchte dass du vielleicht weiter kommst wenn du gewissen dingen mit anderen menschen zusammen nach gehst das heißt wenn du sport machst schau vielleicht ob es menschen in deiner umgebung gibt die diesen sport auch machen und trifft dich mit ihnen dafür das gemeinsam zu tun oder wenn du ein kreatives hobby hast genau dasselbe oder ja vielleicht gibt es beruflich einen gewissen fortschritt den du erreichen kannst wenn du mit anderen menschen zusammenarbeitest vielleicht ich mit neuen menschen mal zusammensetzt und austauschst ja aber wo auch immer du fortschritt suchst ich glaube dass du ihn erreichst indem du dich an andere menschen wende ist und mit ihnen zeit verbringst mit ihnen über das redest wo du vielleicht weiterkommen möchtest lass uns das genauer ansehen worum geht es hier mit dem thema zusammenkunft bei dir liebe sternzeichen wagen und was kommt ansonsten noch auf dich zu im januar was erwartet dich im ersten monat des neuen jahres da haben wir die liebenden und den magier sehr schöne karten absolut manche könnten es hier mit einem sternzeichen zwillinge zu beginn des monats zu tun haben muss aber nicht sein zwei weitere karten hätte ich gerne noch aus diesem deck für dich bevor wir das ganze uns genauer ansehen und da haben wir den ritter der materialien erdenergie kommt hier durch jungfrau stier steinbock könnten dementsprechend im januar eine rolle bei dir spielen eine weitere karte noch wieder hoffentlich aufschluss zum januar 2024 geben kann und ich hoffe dass du einen guten rutsch ins neue jahr hattest beziehungsweise noch vor dir hast wenn du dir dieses video etwas früher ansiehst und ich wünsche dir natürlich ein wunderschönes jahr wir haben hier jetzt noch den ritter der stimmen also zwei ritter hier nebeneinander liegen luftenergie kommt hier durch wassermann wage zwillinge aber wir gehen diese karten jetzt alle der reihe nach durch und starten mit der erklärung der liebenden wofür stehen die liebenden hier bei dir zu beginn des monats liebe sternzeichen sage was könnte hier mit den liebenden anfang januar auf dich zukommen was erwartet dich hier da haben wir die königin der münzen erdenergie wie hier auch mit dem ritter der materialien schon angesprochen jungfrau stier steinbock also luft und erde kommt hier jetzt schon recht stark durch obwohl wir erst so wenig karten liegen haben lass uns schauen worum es hier genau für dich geht in der ersten januar woche ungefähr ich sehe dass du dich in deinen beziehungen sehr sehr sicher sehr sehr wohl fühlst okay wenn du in der partnerschaft bist oder wenn du dabei bist jemanden im romantischen kennenzulernen dann habe ich das gefühl dass du dich sicher fühlst und dass du gar nicht viel ja hinterfragen muss oder dir sorgen machen muss was vielleicht in der vergangenheit mal der fall war bei dir dass du dir irgendwie nie sicher sein konntest woran du bei jemandem bist hier sehe ich dass das nicht der fall ist entweder weil dir dein gegenüber einfach ein besseres gefühl gibt klarere signale sendet als es vielleicht jemand aus der vergangenheit getan hat oder aber weil du selber in dir so sicher bist dich so geerdet fühlst dich wohl mit dir selber fühlst dass es im prinzip egal ist wie andere menschen sich dir gegenüber verhalten okay aber ich sehe hier für manche absolut dass es neues potenzial hier geben könnte in der liebe vielleicht lernst du auch anfang januar jemanden kennen wenn du sagst da gibt es momentan noch niemanden aber ich sehe schon eine flirty energie so ein bisschen vielleicht die ein oder andere schöne nachricht die du hier erhalten könntest anfang januar für manche sehe ich ja auch dass ihre beziehung zu den eigenen kindern sehr stark sein könnte anfang januar wenn du kinder hast natürlich nur aber ja das sehe ich hier so eine verbundenheit zu anderen menschen und der knabe der kech kann eben manchmal für jüngere menschen für kinder stehen manche könnten sie in der liebe mit jemandem zu tun haben der ein bisschen jünger ist aber gleichzeitig emotional sehr sehr offen ist was eine schöne abwechslung sein könnte ich habe wirklich das gefühl dass manches in der vergangenheit mit menschen zu tun gehabt haben könnten die recht verschlossen waren in der liebe wo du dir vieles selber zusammen reiben musstest quasi weil diese person einfach nicht viel mit dir geteilt hat und jetzt sehe ich dass das einfach anders ist dass du einen partner eine partnerin hast oder einen potenziellen partner kennenlernst der viel viel offener ist viel mehr mit dir darüber redet und was diese person hier sieht und wie es sich anfühlt und dadurch erhältst du einfach eine gewisse sicherheit wenn du sagst ich bin an der liebe überhaupt nicht interessiert dann können das hier auch andere beziehungen sein die anfang januar einfach sehr sehr gut bei dir aussehen wie gesagt vielleicht zu deinen kindern welche wenn welche hast vielleicht zu menschen aus deinem freundeskreis aus der familie oder so aber ich sehe da eine starke verbundenheit eine große harmonie die vielleicht eben auch nicht immer da war vielleicht gibt es hier jemanden in deiner familie oder in einem freundeskreis der kinder bekommen hat oder einfach irgendwie kleine kinder hat und du verbringst zeit mit denen sehe ich hier so ein bisschen dass manche sich mit kindern umgeben anfang januar und wenn es eben nicht deine eigenen sind könnten dass hier die von jemand anderem in deinem umfeld sein aber nimm nur das für dich mit was mit dir resoniert okay nicht jede dieser nachrichten die ich hier anspreche wird zu 100 prozent mit jedem einzelnen resonieren das ist nicht möglich deshalb schau was sich für dich richtig anfühlt was mit ihren resonanz geht und hör auf deine eigene intuition die wird dir sagen welche dieser nachrichten hier für dich passen könnten und welche eben nicht aber ich sehe hier sehr viel harmonie sehr viel stabilität es kann auch sein dass du einem familienmitglied oder jemandem einfach näher kommst wo die verbindung bisher nicht so mega stark war das heißt nicht dass sie schlecht war vorher aber ich sehe dass ihr euch hier vielleicht so ein bisschen mehr austauschen könnte als es bisher der fall war aber das sieht sehr sehr gut sehr harmonisch aus für manche sehe ich hier dass sie etwas neues beginnen könnten beruflich dass es da etwas neues gibt was eine menge leidenschaft und neugierde in dir hervorbringt vielleicht ist es für manche auch ein neues hobby dem sie nachgehen oder so aber ich sehe da einfach noch so eine frische neugierde und auch wenn du vielleicht dich erstmal an das ganze herantasten muss wenn es mit dir resoniert und du tatsächlich irgendwie einen neuen beruflichen weg einschlägst oder irgendwie ein neues hobby beginnst ich habe das gefühl dass du das gefühl hast okay ich bin jetzt zwar noch kein profi aber ich fühle mich trotzdem schon recht sicher was das angeht ich habe genügend vertrauen in mich selbst dass dieser weg in zukunft immer nur noch besser sein wird werden wird lass uns den magier ansehen wofür steht der hier bezüglich deines januars liebe sternzeichen wage wie geht es ungefähr in der zweiten januar woche für dich weiter mit dem magier und da wird zur erklärung den magier sehr schön diese doppelte energie sehe ich definitiv als bestätigung dafür dass du in der zweiten januar woche sehr sehr gut darin sein könntest dinge zu manifestieren ja wir haben die sechs der stäbe dazu das ist die karte des erfolgs wenn man so will und ich glaube absolut dass du dir ihren erfolg manifestier ist ja wir haben das rad dazu das sieht sehr spannend aus das ist absolut etwas was du dir manifestierst okay das ist nichts was dir einfach so zugeflogen kommt wobei es so wirken könnte als wäre das ein zufall hier mit dem rad das glücksrad das schicksals rad ist es kann so wirken als würde dir etwas in den schoß fallen aber das ist nicht die wahrheit du hast es dir manifestiert hier als magier als doppelter magier das heißt wenn du eine berufliche veränderung die manifestierst wenn du dir eine finanzielle veränderung manifestierst irgendwelche dinge manifestierst keine ahnung was auch immer es ist was du vielleicht in dein leben ziehen möchtest und woran du auch arbeitest sei es mental oder wirklich physisch dass du auf dieses ziel zu arbeitest aber du tust etwas dafür du hast dafür bereits etwas getan und das ist der grund warum es sich für dich manifestiert weil du zum einen den glauben das vertrauen hast die vision hast aber zum anderen ist der magier eben auch jemand der was dafür tut damit sich seine wünsche verwirklichen und deshalb sehe ich hier dass du dir erfolg manifestierst was diese sache angeht wie gesagt für jeden wird es was anderes sein für manche kann es ein auto sein traumhaus sein der traumjob sein eine gewisse geld summe aber das ziel was du in letzter zeit am meisten im fokus hattest und wofür du auch am meisten getan hast da könnte es eine weiterentwicklung geben da könnte es einen erfolg geben den du dir manifestierst ungefähr mitte januar das sieht sehr sehr gut aus ja ich meine wenn man den magier doppelt direkt untereinander hat und dann die sechste stimme und das rad dazu das sieht sehr sehr gut aus ja und wie gesagt lass dich nicht verunsichern davon was andere menschen vielleicht denken weil wie gesagt ich habe so ein bisschen das gefühl dass es wirken könnte als würde dir das in den schoß fallen als würdest du hier etwas geschenkt bekommen aber das stimmt nicht bloß weil andere menschen nicht sehen wie sehr du an diesem wunsch bereits gearbeitet hast heißt es nicht dass du dir das hier nicht verdient hast ich meine selbst wenn du nichts dafür getan hättest bin ich mir sicher dass du es dir verdient hast aber du hast was dafür getan da bin ich mir sehr sehr sicher dass es hier um eine sache geht worum du dich bemüht hast ja aber weil du vielleicht einfach durch irgendeinen bekannten hier eine neue berufliche möglichkeit erhältst wo andere menschen nur sehen so die haben doch eigentlich gar nichts miteinander zu tun das stellenzeichen wager hat da gar nichts für gemacht nein vielleicht bist du nicht auf diese person selber zugegangen und hast dir diese chance an sich erarbeitet aber du hattest die vision für den beruflichen neuanfang oder für eine neue position oder wie auch immer du hattest die vision und du hast dich darauf vorbereitet dem nachzugehen dementsprechend hast du es dir manifestiert auch wenn man das nicht auf den ersten blick direkt erkennt und das mit diesem beruflichen neuanfang dieser beruflichen chance das ist jetzt nur ein beispiel hier kann es für dich auch um was ganz anderes gehen aber wenn du das erhältst was du dir wünschst dann lass nicht zu dass es da irgendein schlechtes gewissen gibt sondern nimm es an von ganzem herzen du hast es dir wirklich erarbeitet du hast es dir wirklich verdient und wenn du auch sag ich mal nur daran gearbeitet hast indem du dir visualisiert hast wie es sein könnte wenn du diesen wunsch erfüllt bekommst oder wenn du auch nur mit ein paar affirmationen gearbeitet hast aber das ist doch etwas wenn man weiß was man will und da etwas für tut und das kann wie gesagt auch einfach mentale arbeit sein ich denke absolut dass du das verdient hast deshalb nimm das ja auch empfangen in empfang ja aber das sieht sehr sehr gut aus ich glaube dass ich hier einen wunsch für dich erfüllt simpel gesagt lass uns den ritter der materialien ansehen wofür steht der hier bei dir ungefähr in der dritten januar woche liebe sternzeichen waage was kommt hier noch mitte januar auf dich zu mit dem ritter der materialien und der zwei der münzen das sieht sehr gut aus ja ich sehe hier vereinigende sehr schöne weiterentwicklung was den beruf die finanzen oder die gesundheit angeht ok ja ich der ritter der materialien ist absolut jemand der was dafür tut um seine ziele zu erreichen und ich denke im januar wirst du merken dass du hier einen großen erfolg einfach näher kommst ok ich sehe finanziell sieht das sehr gut für dich aus ich glaube da brauchst du dir keine sorgen machen und wenn es ein erdsternzeichen gibt dem du irgendwo sehr nah stehst im januar also ein sternzeichen jungfrau stier oder steinbock dann sehe ich dass eure verbindung sehr harmonisch sehr ausgeglichen sehr beidseitig ist wir haben hier die zwei der kälte also für manche könnte es sich hier um eine romantische partnerschaft handeln die einfach sehr stark auf gegenseitigkeit beruht auf vertrauen beruht hier ist eine tolle basis für euch beiden und es könnte für manche eine beziehung sein die sich mit der zeit immer mehr und mehr aufgebaut hat aber sehr sehr stabil ist ich sehe dass du es mit jemandem zu tun haben könntest dem du absolut vertrauen kannst der es wirklich ernst meint mit dir für manche kann es ja auch eine berufliche partnerschaft seine berufliche kooperation die sehr gut aussieht deshalb wenn du im januar die möglichkeit hast dir mit jemandem zu kooperieren dann lass dich gerne darauf ein weil das sieht sehr sehr gut aus es sieht emotional erfüllend aus es sieht danach aus als würden hier beide seiten gleichermaßen arbeit in diese verbindung in diese partnerschaft reinstecken es sieht danach aus als könntest du diesem kooperationspartner vertrauen ja und vielleicht ist das ja auch einfach mit diesem mit dieser zusammenkunft gemeint dass es hier eine partnerschaft gibt auf die du dich einlassen sollst sei es eben in romantischer hinsicht oder sei es in beruflicher hinsicht aber ich sehe dass es hier jemanden gibt dem du vertrauen kannst und auf den du dich mehr einlassen sollst weil aus dieser kooperation dieser partnerschaften mehr entstehen kann ich sehe dass ihr gerade erst die basis aufbaut und ich glaube in zukunft kann da noch mehr draus entstehen ja aber ich sehe dass du es hier mit guten menschen zu tun hast im januar menschen denen du vertrauen kannst menschen die irgendwo von sich aus auch interesse an dieser gemeinsamen verbindung zeigen das gefällt mir sehr sehr gut ja und wie gesagt wenn du offen für ein kennenlernen will ist wenn du single wirst ich denke dass es da jemanden geben könnte an dem du schritt für schritt näher kommst ja wenn du das möchtest wenn du bereit dafür bist ich kann mir vorstellen dass du dir zeit lässt oder dass sich diese person zeit lässt aber ich glaube das ist auch vielleicht genau das was hier jemand braucht um sich einfach wohl in dieser verbindung zu fühlen sich sicher zu fühlen wie gesagt hier auch schon am anfang ich sehe dass du dich sicher fühlst aber vielleicht brauchst du es dafür auch dass ihr dinge einfach langsamer angeht wenn du jemanden in der liebe neu kennenlernst aber wow das sind alles sehr sehr tolle karten muss ich wirklich sagen hier scheint es eine tolle partnerschaft zu geben durch die du eine menge erreichen kannst sei es eben was deine persönlichen ziele angeht oder deine beruflichen ziele angeht ähm und hier diese manifestation die sich für dich verwirklicht richtig richtig gut also dein jahr scheint wirklich toll zu beginnen lass uns den ritter der stimmen ansehen wofür steht der hier noch bei dir zum ende des monats ähm was spielt sich hier ungefähr in der letzten januar woche bei dir ab wie die sternzeichenlage ähm natürlich könnte es hier mit dieser luftenergie auch um deine energie gehen du bist ja ein luftsternzeichen aber manche könnten es ja auch mit einem weiteren luftsternzeichen zu tun haben wir haben hier den ritter der schwerter noch mal ist genau dieselbe karte wie der ritter der stimmen heißt bloß anders weil sie aus einem anderen deck kommt aber auch hier dieselbe karte zweimal in einer spalte genauso wie hier mit dem doppelten magier das ist echt eine gute legung hier weil mir die karten auch bestätigen da ist was dran an dem was du erzählst weil dieselben karten eben doppelt in derselben spalte auftauchen wie dem auch sei in der letzten spalte sich außerdem für manche sternzeichen schütze was ende januar eine rolle spielen könnte aber nicht muss ich sehe einen sehr einen sehr gesunden austausch sehr gesunde kommunikation zwischen dir und jemanden oder vielleicht zwischen die und sogar mehrere menschen in deinem umfeld weil jeder zeitpunkt für diese kommunikation gekommen ist und auch dafür irgendetwas anzugehen ich habe das gefühl dass du vielleicht schon pläne geschmiedet hast oder anfang mitte januar hier pläne schmiedest für die zukunft und ende januar ist es an der zeit darüber mit jemandem zu reden wie man das umsetzen kann ja also gerade wenn es dir um eine berufliche kooperation geht für dich dann glaube ich dass ihr schaut wie ihr jetzt wirklich gewisse dinge anpacken könnt und in die tat umsetzen könnt aber das kann genauso für privatere beziehungen gelten ich sehe auf jeden fall einen zielführenden austausch wo es darum geht wer kann sich wie jetzt hier beteiligen damit das in eine gute richtung geht ich sehe so ein bisschen das thema arbeitsaufteilung aber auf eine sehr gesunde art und weise ich glaube dass hier alles ich sag mal fair aufgeteilt wird dass niemand irgendwie zu viel hat worum er sich kümmern muss sondern ich glaube das ist recht ausgeglichen hier ja ich sehe auf jeden fall dass es genau der richtige zeitpunkt ist für diese kommunikation für diesen austausch wenn du irgendwie am anfang mitte januar noch auf eine klare nachricht oder sowas von jemandem wartest könntest du sie ende januar erhalten und ich glaube dass dich diese kommunikation dieser austausch weiter bringt weil du damit etwas anfangen kannst weil du diese informationen vielleicht nutzen kannst um ja jetzt wirklich in aktion zu gehen ich glaube dass du ende januar sehr motiviert sein wirst heißt nicht dass du davor unmotiviert bist dafür sehe ich keine anzeichen aber ich glaube wirklich in der zweiten januar hälfte gibt sie einen starken inneren antrieb bei dir gewisse dinge anzugehen ich sehe dass du auch sehr aktiv sein könntest vielleicht viel sport machen könntest in der zweiten januar hälfte und das nicht weil du dich selber dazu zwingst weil du weißt dass es das beste für dich ist sondern weil du wirklich auch das bedürfnis hast dich zu bewegen das bedürfnis hast dinge in die tat umzusetzen beruflich vielleicht auch weil du das bedürfnis hast was zu tun was zu machen und das finde ich sehr sehr schön wenn du neujahrsvorsätze haben solltest glaube ich absolut dass du denen nach gehst und da versuchst am ball zu bleiben und ja das finde ich sehr sehr schön ich meine der januar kann für manche auch wirklich ein dunkler monat sein ein kalter monat sein wo man vielleicht nicht so viel antrieb hat wie man es eigentlich gerne hätte aber bei dir sehe ich absolut keine müdigkeit oder irgendwas eher im gegenteil ich glaube dass du vielleicht im vergleich zu dem dem dezember november oktober relativ viel energie haben könnte ich glaube dass manche hier ende januar auch irgendwo die initiative ergreifen wenn es darum geht dinge vorwärts zu bringen selbst wenn du vielleicht sonst nicht so die person bist die ich sag mal als erstes den kontakt zu jemanden sucht ich glaube ende januar ist das anders ende januar suchst du von dir aus den kontakt wenn du weißt dass es irgendwie dich weiterbringt hast du kein problem damit ich mit anderen menschen in kontakt zu setzen und das finde ich schön weil das ja genau das ist was so anfang hier auch schon raus gekommen ist dass du eben mit anderen menschen dich zusammensetzen sollst dass du teamwork betreiben sollst und genau danach sieht es eben auch hier in den tarot karten für dich aus dass du hier mit irgendjemandem kooperiert mit jemanden kommuniziert dass es hier eine schöne partnerschaft gibt sei es eine romantische oder eine berufliche aber hey das scheint ein richtig guter monat für dich zu werden gerade weil du dir hier glaube ich irgendetwas manifestiert was du dir gewünscht hast woran du gearbeitet hast sehr sehr schön wir liegen jetzt noch eine starstie karte für dich dazu lass uns schauen was kann dir die starstie karten noch mitgeben die sternzeichen waage was solltest du noch wissen und wenn du interesse an einer persönlichen legung hast dann kannst du die ganz einfach über den link unten in der infobox buchen im dezember und januar gibt es auch noch zehn prozent rabatt auf alle persönlichen legungen das heißt wenn du wissen möchtest wie das kommende jahr für dich aussehen könnte dann könnte es sich jetzt für dich lohnen eine persönliche legung zu buchen und wir haben hier mit diesem überdimensionalen auge das thema jump in spring rein andromedan energy adventure say yes to change hier geht es um abenteuer hier geht es darum vielleicht auch mal ein risiko einzugehen und ja zur veränderung zu sagen und ich glaube das tust du im januar ich denke hier gibt es veränderungen gerade wenn es um gewisse partnerschaften oder kooperationen geht und ich glaube aber dass du dafür absolut bereit bist dass du dich super wohl mit dieser veränderung auch fühlst ich glaube dass du an dem punkt bist im januar wo du dich wesentlich besser mit veränderung fühlst als wenn alles gleich bleiben würde du willst diese veränderung auch springst der kopf über rein was ich sehr schön finde du hast keine ängste keine zweifel weil du hier auch merkt dass einiges in eine sehr sehr positive richtung geht ja und was ich nochmal anmerken möchte diese kooperationen es muss keine kooperation zwischen dir und einer person nur sein es kann für manche auch eine kooperation mit einem unternehmen sein die kann es auch um zusammenarbeiten gehen die nichts mit deinem beruf zu tun haben oder eben mit einer romantischen partnerschaft vielleicht findest du eine einigung mit einem potenziellen mieter oder vermieter oder was auch immer es für dich ist schau einfach wie es mit dir resoniert aber alles in allem würde ich sagen du fühlst dich wohl in deinen beziehungen gerade anfang januar du manifestierst dir etwas was so scheinen könnte als wäre es ein zufall aber es ist kein zufall weil du daran gearbeitet hast und dann gibt es hier noch eine tolle partnerschaft romantisch oder beruflich oder wie auch immer es für dich resoniert die sehr stabil wirkt und sich weiterentwickelt hat oder langsam weiterentwickelt ich glaube dass dann noch eine menge mehr möglich ist weil ihr eben so ein starkes fundament hier habt oder aufbaut im januar und dann sehe ich noch eine menge kommunikation in bezug auf die nächsten schritte die man hier irgendwo umsetzen möchte und wenn du auf nachrichten wartest dann scheinst du auch die ende januar zu erhalten also spannender monat wir legen jetzt noch ein paar kleine anhängerchen für dich dazu lass uns schauen was die dir noch mitgeben können da haben wir zum einen diesen stern hier der stern steht für ein strahlen der stern steht für aufmerksamkeit für ruhm vielleicht auch so ein bisschen ich glaube auf jeden fall dass du aufmerksamkeit erhältst von den menschen die dich irgendwo weiterbringen können wenn man so will ich habe das gefühl dass du im januar sehr beliebt sein könntest auch wenn es dir gar nicht so sehr auffällt es ist jetzt kein ruhm oder kein beliebt sein im sinne von du stehst auf einer bühne und man jubelt dir zu aber ich glaube selbst wenn du nicht dabei bist reden menschen sehr positiv über dich und das ist sehr sehr schön wir haben hier ein seepferdchen ein soweit ich weiß monogames tier das heißt ich sehe schon eine enge partnerschaft oder potenzielle partnerschaft wenn es um die liebe geht gerade weil wir hier auch noch das herz zur bestätigung haben also liebe romantische liebe partnerschaft könnte für einige hier auch eine große rolle im januar spielen wenn du da wie gesagt noch niemanden hast denke ich dass die chancen gut stehen dass du hier langsam jemanden näher kennenlernst und dass da ein gutes fundament für mehr da ist aber gerade wenn du auch in einer beziehung schon bist denke ich dass du da sehr viel sicherheit findet sehr viel halt findet dass ihr euch gegenseitig super stark vertraut aber gleichzeitig sind hier auch jede menge gefühle vorhanden jede menge emotionale erfüllung dann haben wir hier das pferd das steht für bewegung und für freiheit ist ja auf jeden fall fortschritt und weiter bewegung für dich im januar in bezug auf deine ziele die du dir manifestieren möchtest hier und ich weiß nicht hier kommt einfach so eine wilde energie energie gerade rüber ich habe das gefühl das ist deine energie du bist auch wie so ein ungestümes pferd was halt sich dauernd irgendwie bewegen muss habe ich das gefühl was ein bisschen auch einen auslauf brauche ich weiß nicht genau was das zu bedeuten hat ok hier kommt gerade was durch das ist interessant ich habe das gefühl du brauchst raum um nachzudenken manchmal ich habe das gefühl dass du auch wenn es hier um diese kooperation oder sowas geht oder um deinen beruflichen erfolg du brauchst raum um deine gedanken fließen zu lassen deine kreativität vielleicht auch fließen zu lassen und dann kommen die besten ideen zu dir dann kommt auch die erfüllung deiner wünsche hier zu dir ich habe das gefühl du bist jemand der sehr gut versteht raum zu schaffen damit sich das in dein leben begeben kann was du dir wünschst behalte dir das bei behalte dir diese freiheit bei weil die sache ist die wenn es um das manifestieren von wünschen von zielen geht es ist wichtig dass man eine klare vision hat dass man bereits fühlt dass man das hat was man sich wünscht aber dann eben auch dass man im ganzen raum genug gibt sich zu manifestieren dass man nicht zu sehr an diesem wunsch klammert weil dann kann dieser wunsch niemals losgelassen werden und sich manifestieren und sich seinen weg in dein leben bahnen ich glaube du bist jemand der sehr gut versteht an diesem wunsch irgendwo festzuhalten und daran zu glauben aber gleichzeitig ihnen den freiraum zu geben wirklich etwas in deinem leben zu bewegen ja das macht dich jetzt zum zum doppelten magier dass du das sehr sehr gut kannst dieses loslassen aber gleichzeitig daran glauben dass es sich für dich manifestiert das ist etwas was für dich zur wunscherfüllung führt interessant also liebe sternzeichen wage ich hoffe dass mir diese legung gefallen hat ich wünsche dir heute noch einen schönen resttag und natürlich einen richtig tollen januar ich würde mich freuen wenn du diesem video ein like gibt meinen kanal abonnierst du das noch nicht getan hast und wie gesagt mein angebot unten mal abchecks ansonsten wünsche ich dir alles alles liebe